Musik Ja, dann, bitte ich erst mal ganz herzlich, guten Morgen einerseits. Ich muss mir jetzt mal zürgen, dann wird das gleich tragisch hier. Wir waren Orakel, wir waren alles Orakel, von Krake bis Uhu, Heule, egal. Wir machen das jetzt auch. Ich möchte aber nur ganz kurz nochmal die Orakel in den Spiegel ihnen erklären. Wir haben hier zwei kleine Elefanten, Jungfuhl, Sänger, vier Jahre alt, Scharuf und Shanti. Und es ist folgendermaßen der Elefant, der zuerst zu einer Bahne läuft. Ist klar, das wird in der Sieger der Partie Deutschland gegen Portugal. Wir gehen beide zeitgleich zu einer Farbe, die so liebevoll naturalistisch mit Gemüse gestaltet wurde von meinen netten Kollegen. Also perfekt ist in der Schneck dagegen, ganz doll. Ist klar, ist unentschieden. Gehen und dann starten wir jetzt durch. Sollen wir die auch kommen lassen, jetzt? Ja! Also Sie haben nichts gehört, ja oder nein? Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020